Was ist der Schriftdeutsch? Damit Sie davon auch einen Eindruck haben. Wir sind eine sogenannte Media Intelligence Company, das heißt wir bewerten und analysieren für große Unternehmen weltweit, wie ihre Aktionen wahrgenommen werden, wie ihr Auftreten wahrgenommen wird und da geht es im Wesentlichen darum, dass wir diesen Unternehmen einen Faktenspiegel vorhalten. Also dass sie wirklich sehen, wo sie stehen und wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und für so ein Geschäft ist jede Verbiegung von Wahrheit eine sehr schwierige Angelegenheit. Wir haben sehr hohe ethische Standards. Als Donald Trump gewählt wurde, hat die Geschäftsführung an unsere Mitarbeiter in allen Ländern geschrieben, dass jeder wählen kann, was er will, aber dass wir Verdrehung von Fakten, Lügen und Rassismus nicht dulden werden. Weil Perception ist Reality, heißt es. Und wenn man an der Perception rumfummelt und sie manipuliert, dann landen wir alle irgendwann in einer falschen Realität. Und das ist das Problem an Fake News. Und deswegen ist es uns heute auch ein Anliegen, hier zu sein. Natürlich auch, um für unsere Schweizer Partner etwas sichtbarer zu sein. Aber auch, weil das Thema für uns ein echtes Anliegen ist und weil es, glaube ich, mehr erfordert als Entscheidungen von Politikern, sondern persönliche Courage, sich dafür zu interessieren, darüber zu diskutieren. Und deswegen sind wir heute Abend alle hier. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Ich übergebe an den Hemmerli und danke dem Herrn Roth vom Kosmos für die freundliche Aufnahme. Ich möchte mit einem Beispiel beginnen. Es ist Sonntagabend, der 12. März 2017 und im Eiltempo verbreitet sich eine Meldung. Diese hier. Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer. Und es heißt, es gebe ein geheimes Strategiepapier der Bundesregierung, welches die Massenmigration in Deutschland feiert. Und diese Meldung verbreitet sich im Eiltempo. Zigtausende Menschen klicken auf Like, zigtausende teilen das, viele kommentieren es wütend. Einer schreibt zum Beispiel, dahin soll die Reise gehen, Umfolgung, das ist das Ziel der Elite. Ein anderer schreibt über Angela Merkel, diese Tante muss man zum Teufel jagen und der Asylantenbus soll die erwischen. Was auch immer der Asylantenbus ist, ich weiß es nicht. Und in dieser Wut und in dieser Aufregung fällt den vielen tausenden Usern eines eher nicht so auf, dass die Meldung so nicht stimmt. Dass die Meldung ziemlicher Humbug ist, die ist irreführend. Das beginnt schon beim Titel. Merkel hat nie gesagt, sie hofft auf 12 Millionen Einwanderer. Das wurde ihr einfach in den Mund gelegt. Und trotzdem, diese Meldung hat bis heute 68.000 Likes, Kommentare und Shares bekommen. Und im Jahr 2017 war das im gesamten deutschen Sprachraum eine der top erfolgreichsten Meldungen über Angela Merkel. Erfolgreicher als die allermeisten Geschichten des Spiegel, der NZZ, aller anderen Medien. Das ist eine der top Meldungen über Angela Merkel und das ist ziemlicher Unfug. Und warum ich Ihnen das erzähle, da gibt es noch einen Grund. Diese Meldung kam raus, dass ich mein letztes Buch recherchiert habe und ich habe Menschen gesucht, die auf etwas Falsches hineingefallen sind. Und ich bin vielleicht ein bisschen naiv herangegangen, weil ich habe gedacht, ich finde dann solche Internetnutzer und zeige ihnen, dass das falsch war. Die sind ganz schockiert und sagen, jetzt werde ich immer genau hinschauen und werde immer nachrecherchieren. Und das Problem war, ich habe solche Internetnutzer nicht gefunden. Ich habe sehr wohl Menschen gefunden, die darauf reingefallen sind, aber die Reaktionen waren ein bisschen anders, als ich erwartet hatte. Ich habe zum Beispiel eine 55-jährige Bayerin gefunden, die das gesehen, geglaubt und wütend kommentiert hatte. Und die findet auch nicht in Ordnung, dass viel Falsches im Netz kursiert, aber auf diese konkrete Meldung angesprochen. Ich habe sie gefragt, wie sie darüber denkt. Ich habe sie konkret gefragt, ob sie das ärgert, dass sie das geglaubt hat, obwohl es so nicht stimmt. Hat sie Folgendes gesagt zu mir am Telefon, die Frau, die das für wahrgehalten hatte. Was heißt ärgern? Ärgern tut es mich insofern nicht, weil ich der Meinung bin, es kann passieren. Auch wenn es jetzt momentan nicht gestimmt hat, ist es doch eine Meldung, die passieren kann. Und Gott sei Dank lachen sie, weil ich habe manchmal Publikum, die das nicht ganz im ersten Moment verstehen, wie absurd das ist. Weil ich habe das am Telefon gehört und ich war wirklich baff, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie ich argumentieren soll. Ich ordne es ein bisschen ein, wenn Sie im Internet ab und zu mitlesen, passiert es immer wieder, dass etwas Falsches behauptet wird, dann wird es korrigiert. Also gibt es eine Richtigstellung und irgendwer postet drunter, aber es hätte auch wahr sein können. Und das ist eine Variation von es hätte auch wahr sein können, die ist, es könnte noch wahr werden. Die finde ich fast noch schwieriger, weil was in der Zukunft passiert, kann niemand von uns belegen. Wir können nur belegen zum Beispiel, hat ein Politiker das gesagt oder hat er nicht das gesagt. Und das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, dieser Erfolg von Fälschungen, von irreführenden Meldungen, von Halbwahrheiten, der liegt nicht einfach nur im Internet, ganz ehrlich, der liegt vor allem an uns Menschen. Menschen glauben das, was sie glauben wollen. Das nennt man auch Confirmation Bias, Bestätigungsfehler. Und diese Frau, die hat das natürlich für wahrgehalten, weil sie Angela Merkel und speziell Angela Merkels Flüchtlingspolitik ablehnt. Und wenn sie der größte Merkel-Fan sind, will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber wenn sie es wären, hätten sie das wahrscheinlich nicht geglaubt. Das heißt, die Falschmeldung funktioniert immer beim passenden Publikum. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich mache es schnell, ich mache heute nur einen schnellen Input, weil wir werden ja dann gemeinsam das durchgehen. Aber ich sage ganz schnell drei Dinge. Ganz kurz, wie groß ist das Problem? Mikro ein bisschen näher. Ja, Verzeihung, ich halte das Mikro näher. Ich gebe drei Dinge ganz schnell durch. Wie groß ist das Problem, erstens? Zweitens, warum sind Falschmeldungen auch im Netz so erfolgreich und dann, was kann man machen? Gehen wir gleich auf das erste ein. Wie groß ist das Problem? Ich habe eine gute Nachricht. Es ist nicht immer gleich groß. Es gibt Phasen, da ist nicht so viel Hass, so viel Hetze oder so viel Falschmeldung sichtbar. Das hat mit der Erregung, mit der erhitzten politischen Debatte häufig zu tun. Zum Beispiel Wahlkämpfe, wo wirklich die Gesellschaft gespalten ist, die sind die schlimmsten Zeiten, weil dort Falschmeldungen so gut über den politischen Gegner zum Beispiel kursieren können. Wie diese Meldung über Angela Merkel, das war ein Wahlkampfjahr. Aber Sie wissen sicher, worauf ich anspiele. Man kann nicht über Fake News sprechen, ohne Donald Trump zu erwähnen. Das ist tatsächlich der nachweisbar extremste Fall gewesen. Ich kenne keine andere Wahl, wo man gezielt so viel Quantität aufweisen kann. Die Frage ist aber nicht nur, wie viele Fake News gab es, sondern wie viele Menschen haben das gesehen. Und das Interessante ist, das wissen wir mittlerweile. Es gibt eine exzellente Studie von drei Wissenschaftlern namens Brandon Neen, Jason Rifler und Andy Gass. Die haben das Browsingverhalten von 2500 Amerikanern auswerten können. Die wissen wirklich jede einzelne Webseite, die die aufriefen. Und das ist ein repräsentativer Schnitt. Davon wissen wir, einer von vier Amerikanern sah in den entscheidenden Wochen vor der Wahl Fake News. Das ist ein Auszug aus dieser Studie. Genau genommen waren es 27 Prozent. Und 27 Prozent ist gut und schlecht zugleich. Das Gute ist, es waren nur 27 Prozent. Das heißt, es war noch immer eine Minderheit. Das ist wichtig. Das Schlechte ist, es waren 27 Prozent. Weil es sind jetzt nicht so wenige. Und die Frage ist, warum verbreitet sich Falsches so leicht im Internet? Auch hier, da spielt der Mensch wieder die zentrale Rolle. Schauen Sie sich die Falschmeldungen, auch die in der Schweiz ab und zu vielleicht kursieren, an. Das sind in der Regel polarisierende Themen. Das sind Themen, die Menschen wütend machen. Wir wissen, dass Emotion ein ganz entscheidender Faktor ist, was generell im Netz verbreitet wird. Wir wissen, dass Inhalte, die Emotionalität auslösen, viel bessere Karten haben, weit verbreitet zu werden. Und ich zeige Ihnen dazu etwas her. Das ist eine Untersuchung der New York Times. Also keine Fake News. Außer je nachdem, wie man es sieht. Aber der New York Times, also nicht von der New York Times selbst, sondern von der Webseite. Da haben zwei Wissenschaftler analysiert, welche Artikel werden eher verbreitet. Und sie haben analysiert, welche Rolle spielt Emotion bei der Frage, ob Menschen einen Artikel weiterleiten per E-Mail. Und das ist das Ergebnis. Die gute Nachricht ist, positive Inhalte bekam ein Boost von ungefähr 13%. Das heißt, es war schon nochmal zusätzlich gut, wenn ein Artikel Freude zum Beispiel auslöste. Oh, er freut das Staunen. Kann man leider nicht besser ins Deutsch übersetzen. Hat auch sehr, sehr stark funktioniert. Sie sehen es hier. Und dann, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie hier Wut. Wut war sehr, sehr erfolgreich. Wenn eine Meldung Wut auslöste, hatte sie um ein Drittel eine höhere Chance viral zu werden. Also von wirklich, wirklich vielen Menschen weitergeleitet zu werden. Und das ist insofern ein Problem als das. Manchmal ist Wut ja gerechtfertigt. Zum Beispiel, wenn ein politischer Missstand auftaucht. Oder es war gerechtfertigt, dass Frauen um das Frauenwahlrecht gekämpft haben und wütend waren, wie sie es nicht hatten. Also nicht jede Form von Wut ist illegitim. Aber es gibt Wut, die baut auf Falschmeldungen auf. Und das ist das Problem. Viele Falschmeldungen, die machen Wut. Wir erzeugen Wut, aber basierend auf falschen Behauptungen. Und das ist eben ein gewisser Unterschied. Und im Netz kommt dann noch eines dazu. Wir wissen, dass Meldungen, die Wut auslösen, stärker geklickt werden, stärker geteilt werden, viele Kommentare erhalten. Viele Social Media Plattformen nutzen Algorithmen, die entscheiden, was sie sehen und was sie nicht sehen. Und ein Faktor ist womöglich auch, dass diese Algorithmen auf diese Signale einsteigen. Das heißt, eine Meldung auf Facebook, die viele Kommentare erzielt, die wird noch mehr Menschen eingeblendet. Die Gefahr ist, dass Software so programmiert sein könnte, dass sie Wut verstärkt. Können wir gerne nachher noch ein bisschen mehr darüber reden. Das heißt aber, der Mensch reagiert, die Software so möglich so programmiert, dass sie das verstärkt. Und die Falschmeldungen, die wir sehen, die sind bei Wutthemen dran. Das heißt, Themen, wo man merkt, da streiten Menschen tatsächlich. Sie können nicht eine Falschmeldung über etwas formulieren, was eh jeder akzeptiert. Sie müssen Themen finden, wo es unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, gibt es nicht auch andere. Flüchtlinge, Migration, ja, bis heute, das ist ein Streitthema. Impfen, enormes Streitthema. Auch etwas, wo es sehr viele Falschmeldungen gibt, die gefährlich sein können. Weil wir Menschen ihr Kind nicht impfen lassen, kann das wirklich zu schweren Krankheiten bis zu Todesfällen führen. Und drittens, ganz ehrlich, die Außenpolitik. Auch diese ganze geopolitische Ebene, die spielt sich mittlerweile im Web ab. Zum Beispiel bei militärischen Aktionen in Syrien, wenn da wieder große Bombardements stattfinden. Sie werden auch in deutschsprachigen Zeitungen in den Laserspalten darunter einfach Unsinn finden. Da wird viel getrickst. Ich weiß, dass heute einige Menschen hier sind, die, glaube ich, auch im Unternehmensbereich oder in der Wirtschaft tätig sind. Das wirklich Groteske ist ja, sie müssen gar nicht in diesen Themen aktiv sein. Sie können aus einem ganz anderen Gebiet kommen und plötzlich werden sie und ihr Unternehmen zum Beispiel hineingezogen. Ich gebe nur ein Beispiel aus Österreich. Viele meiner Beispiele sind aus Österreich, weil wir eine besonders unfreundliche öffentliche Debatte haben. Vielleicht haben Sie von diesem Herrn schon mal gehört. Das ist unser ehemaliger Vizekanzler mittlerweile und langjähriger Parteichef. Und als er Parteichef der Freiheitlichen Partei in Österreich war, hat er einen Post im Internet geteilt, wo es hieß, ich erzähle es jetzt nicht so genau, aber in einem Supermarkt, der sei gestürmt worden von Flüchtlingen und die hätten sich so aufgeführt, hätten nichts bezahlen wollen, dass die Polizei, eine Spazialtruppe der Polizei kommen musste. Das hat unglaublich gut funktioniert. Wirklich Wut hat die Menschen zum Antworten, zum Teilen und so weiter gebracht. Nur, was ist dann passiert? Die angesprochenen Unternehmen, wo das angeblich der Fall war, haben widersprochen. Und haben gesagt, uns ist kein derartiger Vorfall bekannt. Und was ist in diesem Fall passiert? Nichts, außer, dass der Politiker sein Posting gelöscht hat. Also er hat sich nicht mal entschuldigt, der hat das einfach entfernt. Das ist ein bisschen ein Problem, weil oft Menschen gar nicht mitbekommen, dass etwas falsch war. Aber es war trotzdem sehr, sehr gut, dass diese Unternehmen geantwortet haben. Und da komme ich jetzt schon zu den Lösungen, damit höre ich dann schon auf, weil wir wollen ja diskutieren. Denn das passiert immer wieder, dass einzelne Meldungen sich rasch verbreiten. Und ich muss sagen, rasch antworten wie hier, das ist ein wichtiger Zug. Vielleicht haben Sie von einer sehr berühmten Falschmeldung gehört. Ich zeige sie Ihnen. Das ist auch 2017 Deutschland, Wahlkampfjahr. Das war ein Schreiben. So, ich gehe da aus dem Bild. Das war ein Schreiben. Wonach? Das schaut sehr offiziell aus. Wo es heißt, die Polizei, Paragraf 2.3 ist angewiesen, die Straftat von einem Flüchtling, Asylbewerber oder von einer Person mit Migrationshintergrund quasi nicht den Medien mitzuteilen. Das ist auch noch schön hervorgehoben. Das ist natürlich Unsinn. Das ist eine komplette Erfindung. Das wurde auf Facebook rasant verbreitet. Dann haben Menschen dem Innenministerium Nordrhein-Westfalen, wo das verbreitet worden ist, schnell Anfragen geschickt. Stimmt das? Stimmt das nicht? Und noch am selben Tag, ich muss ganz ehrlich sagen, für Ministerien ist das fast schon Rekordgeschwindigkeit. Noch am selben Tag hat das Innenministerium Nordrhein-Westfalen geantwortet und hat gesagt, es handelt sich um ein frei erfundenes Schriftstück. Ganz ehrlich, eine Sache hätte noch eine Spur, es ist extrem gut, Best-Practice-Beispiel. Eines hätte noch besser funktionieren können, groß Fake drüber schreiben, damit nicht das wieder rauskopiert werden kann. Das ist dann noch eine Spur, Spur stärker. Und heute sind wir auch auf Einladung von Unizepter hier. Ich habe das Beispiel auch deswegen gebracht, weil die eine Analyse gemacht haben und ich stehe das jetzt beinhart, was die gemacht haben und zeige das ganz einfach her. Die haben analysiert, wie sich diese Fallschmeldung hier in dem Fall von Nordrhein-Westfalen verbreitet hat. Das war der Anfang und da merkt man, da steigt es. Und was wirklich selten ist, ist, dass offizielle Stellen so schnell reagieren. Hier haben sie reagiert. Das ist quasi die echte Meldung des Innenministeriums. Und Sie sehen, die echte Meldung hat auf einmal die Falschmeldung überdeckt. Und darum ist das ein Best-Practice-Beispiel. Das kann man eben analysieren. Und das ist schon recht interessant. Ich habe mir auch die anderen Beispiele angeschaut, die in dieser Analyse drin waren von Unizepter. Ich glaube, die meisten waren eher Worst-Case-Szenarios, wenig Best-Practice-Beispiele. Aber das ist schön, da sieht man rasch reagieren. Wenn es einfach so leicht erkennbar falsch ist, das kann sich auszahlen. Und damit komme ich schon zum Schluss. Ich habe noch einen letzten Tipp. Wie sage ich das? Viele Fälschungen sind so, dass man sie liest und auf den ersten Blick wütend wird. Da muss man nicht lange drüber nachdenken. Da ist keine große Komplexität drin. Da ist ein klarer Feind, ein klarer ärgerlicher Fall beschrieben. Und das Problem ist, die Aufklärung ist oft viel komplizierter. Die ist oft so zehn Absätze lang, schwierig zu lesen und mühsam. Und dann funktioniert die Aufklärung natürlich nicht. Wenn Fakes so simpel verständlich sind, dann muss die Aufklärung auch simpel verständlich sein. Das heißt zum Beispiel, machen Sie es sprachlich so einfach es geht oder setzen Sie Bilder ein. Bilder funktionieren auch bei Aufklärung besser. Und das ist mein letztes Beispiel, das ich Ihnen bringe. Wir wissen, ein wirkliches Problem ist, dass manche Menschen nicht an den Klimawandel und nicht an die Erderwerbung glauben. Und das ist ein riesiges Problem für Wissenschaftler, die eine Studie nach der anderen publizieren. Und irgendwie, also Sie könnten die Studie noch anzünden, es hätte ungefähr den gleichen Effekt. Da gibt es aber Tricks, wie Wissenschaftsvermittlung besser geht. Und einer ist, das haben zwei Wissenschaftler getestet, Brandon Neen und Jason Reifler, die Frage, wie ich es vermittle. Die haben Amerikanern Fakten zur Erderwärmung vorgelegt, nämlich Messzahlen zur Temperatur. Das ist der Text seit dem Jahr 1940. Wie hat sich die Erdtemperatur verändert? Wie ist sie gewachsen oder nicht? Das ist der Text, der das beschreibt. Die einen Studienteilnehmer haben das gesehen und die anderen Studienteilnehmer haben die gleichen Informationen als Bild gesehen. Und das ist die Erderwärmung. Wenn Sie dieselben Sachen, dieselben Temperaturveränderungen als Bild darstellen. Und das ist die Macht des Bildes. Das ist mein abschließender Tipp. Unseriöse Akteure, die machen es oft deppeneinfach. Die machen es so simpel als möglich, um eine hohe Reichweite zu erzielen. Und ich muss sagen, wenn Sie versuchen, dagegen anzukämpfen, machen Sie es nicht zu kompliziert. Verkopfte, auch sehr gebildete Menschen, die neigen oft zum zu genau erklären. Aber manchmal sagt ein Bild tatsächlich mehr als tausend Worte. Versuchen Sie auch, die Fakten einfach leichter verständlich zu machen. Danke. So, und jetzt kommt das Mikrofon. Valentin Gröbner, der ist Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance. Das ist richtig, oder? An der Uni Luzern schreibt in den großen deutschen Blättern. Das letzte Buch, diese Retro-Land, Geschichte des Tourismus und die Sehnsucht und das Authentische. Nach dem Authentischen. Nach dem Authentischen. Nach dem Authentischen. Und unter anderem sitzt Valentin hier, weil er ein wahnsinnig heller Geist und ein interessanter Gesprächspartner ist. Aber auch, weil er einen Text geschrieben hat, der heißt, Trust me, I'm lying. Why fake news is good news. Und der letzte auf dem Podium ist Konstantin Seid, der das Vorwort beschrieben hat zu der Ausstellung fake news im Stadtfachhaus Luzern, die ich Ihnen sehr ans Herz legen würde. Lansworth. Tudelungs? Lansworth. Lansworth. Also, fake news in Lansworth, Stadtfachhaus. Und Konstantin Seid ist, gilt als Edelfeder, war bei der WOT, war lange beim Tagesanzeiger preisgefüllt für die Berichterstattung über den Zwisser-Prozess und hat jetzt mit der Republik ein Online-Medium gegründet, das sich unter anderem auf die Fahnen schreibt, die Demokratie zu retten. Unter anderem nehme ich an, auch von fake news. Eine erste Frage, die ich an Sie alle hätte, taugt der Begriff fake news eigentlich? Also, es war 2016 plötzlich in aller Munde wegen des amerikanischen Wahlkampfs. Dann hat sofort Trump sich diesen Begriff geschnappt, hat den umgedreht und benutzt den, um ihm kritisch gesinnte Presse zu brandwagen. Also, New York Times ist jetzt fake news und Washington Post ist fake news. Und dann gibt es diese gegenseitigen Anwürfe, was alles fake news ist, taugt der Begriff noch? Also, ich glaube, dass es bei fake news, egal welchen Begriff man nimmt, es zugehen wird, weiterhin in der politischen Sphäre wie auf dem Schulhof. Also, es ist völlig egal, ob man Klotzkopf, Muttersöhnchen, du Opfer, Fake Newser, Donald Trump, Linker, sagt. Die Antwort ist immer selber. Und deshalb glaube ich, dass egal, ob man jetzt Lüge nimmt oder erfundene Nachricht oder fabrizierte Nachricht oder industriell hergestellter, low quality Journalism, die andere Seite wird immer das Gleiche sagen. Valentin, du was dazu? Das Problem ist, also das Phänomen ist sehr alt und ich finde, dass Frau Bosnick auf das entscheidende Kriterium, Unterscheidungskriterium, das, was die Fake News von 1938, da gibt es einen wunderbaren Roman darüber, von einem englischen Journalisten, von denen von 2018 unterscheidet, ist die Schnelligkeit. Das Problem selbst ist, also das Phänomen und die Debatte darüber ist zumindest so alt wie die aktuellen Tageszeitungen, wenn nicht noch ein Pelloreter. Sie sehen das auch so, Frau Bosnick? Also ich sage auch vielleicht kurz was zum Begriff Fake News. Ich setze ihn tatsächlich spärlich ein, weil er so politisiert worden ist. Und das Problem ist, wenn man Fake News sagt, sind bei unterschiedlichen Menschen sehr unterschiedliche Assoziationen im Kopf und manche denken nur noch an Donald Trump. Der hat tatsächlich es geschafft, den Begriff so ein bisschen sich anzueignen. Es ist durchaus beeindruckend. Ich mag auch an anderen Begriffen mehr, dass sie genauer sind, weil zum Beispiel im deutschsprachigen Raum ist das größte Problem nicht komplett erfundene Meldungen. Wenn die Amerikaner Fake News sagen, meinen sie meistens wirklich komplett erfundenes. Im deutschsprachigen Raum sind es ja oft eher Halbwahrheiten. Das heißt, die Geschichte hat irgendwo noch einen wahren Kern und dann ist ganz was anderes daraus gemacht. Ich selbst nehme auch das Wort Halbwahrheiten. Aber ich glaube, diese Präzision in der Sprache ist wichtig. Wenn man anderen vorwirft, nicht genau mit Fakten umzugehen, ist es durchaus sinnvoll, ein bisschen einzuordnen. Was ist das jetzt? Ist das Ihre Führung? Ist das eine komplette Erfindung? Und das Schöne ist, eigentlich haben wir eh viele Begriffe dafür. Jetzt haben wir hier eine Österreicher und ich würde gerne noch wissen, wenn jemand bei der Lüge ertappt wird, so offensichtlich wie der ehemaliger Vizekanzler, warum hat das null Auswirkungen? Ist das in die Waldheim-Effekte, die fehlende Entnazifizierung Österreichs nach dem Krieg oder was ist das genau? Es ist natürlich, wir müssen jetzt ein Pro-Seminar österreichische Debattenkultur machen. Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es auch nicht, weil ich es nicht nachvollziehen kann, dass in Österreich alles, wie wir sagen, durchgeht. Ich bin wirklich fassungslos, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben womöglich dieses Video gesehen, wo Dinge gesagt werden, die ein Politiker niemals sagen sollte. Auch sehr ungünstig, wenn die Kamera dabei läuft. Und Sie stellen sich vor, wir hatten eine Europawahl und dieser Politiker, der ist da gar nicht an vorderster Stelle, aber der hat so viele Vorzugsstimmen bekommen, dass er jetzt ins Europaparlament kann. Weil viele Menschen auch noch gezielt ihn angekreuzt haben. Und es wird mit dem Hashtag im Internet jetzt erst recht. Und es ist tatsächlich Waldheim, dass Sie das ansprechen, ist sehr gut. Dann bin ich zu jung um diese Affäre noch, also ich war schon ein Baby, aber da habe ich nicht so richtig das mitverfolgt. Also das war die Geschichte des Präsidenten, der eine NS-Vergangenheit hatte, die nicht ehrlich aufgearbeitet worden ist. Und der hat dann kandidiert und damals war der Slogan schon, jetzt erst recht. Und ich war gestern bei der Veranstaltung in Österreich und dann hat eine ältere Bürgerin gesagt, den Österreichern kann man alles verkaufen, wenn man sagt, jetzt erst recht, weil dann geht sie überall mit. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, in dem Fall bei dem Lager, das ist auch eine Trotzhandlung jetzt. Das wird quasi natürlich anders umstilisiert. Ich glaube irgendwie, es wundert einen eigentlich nicht so, dass Lügen, also das Interessante ist ja, dass niemand wirklich empört ist, niemand wirklich überrascht ist, wenn Politiker lügen. Das ist eigentlich keine besondere Nachricht in der politischen Sphäre. Also Anna Arendt hat dazu einen sehr, sehr tollen Aufsatz geschrieben, Lüge und Politik. Und der Grund dafür ist, dass in der Politik niemand erwartet, dass Wahrheiten verhandelt werden oder Wahrheit gesucht wird oder Wahrheit festgestellt wird. Sondern man will nicht die Wirklichkeit beschreiben in der Politik, sondern die Wirklichkeit verändern. Und nichts verändert die Wirklichkeit so schnell, so radikal, so effizient wie eine Lüge. Und es ist ja auch so, dass man versucht sozusagen, dann diese Lüge vielleicht später politisch mit Wahrheit zu unterfüttern oder aus dieser Lüge etwas zu machen. Und es ist auch völlig klar, dass vor allem in polarisierten Gesellschaften es eigentlich so ist, dass diese Lüge des Politikers ja meistens eine Lüge ist, dass er etwas erreichen will. Also er will den Gegner schaden. Und er beweist dadurch die Ehrlichkeit seiner Absichten seiner Klientel gegenüber. Also er nimmt nicht mal auf die Wirklichkeit oder die Fakten Rücksicht. Er nimmt auch nicht auf die Presse Rücksicht. Er nimmt auch nicht auf das Schlechte. Sondern er versucht, sein Programm durchzusetzen, auch gegen die Realität. Und er versucht nicht Recht zu haben, sondern Recht zu behalten. Und seine Anhänger sind dadurch meistens zu Recht elektrisiert, je härter die Auseinandersetzung ist. Hast du noch was zu Österreich zu bemerken? Ich glaube, dass es richtig ist, aber es wäre doch interessant, ein bisschen zu überlegen, ob es Zonen von Uneigentlichkeit gibt. Also das Politik, weil wenn ich Konstantin Seid folge, ist eine bestimmte Art von auf die Öffentlichkeit zielendes politisches Reden eine Art von Zone von Uneigentlichkeit. Wo es um die maximale Zuspitzung von Aussagen geht. Genauso wie es bei militärischen Konflikten verwandeln sich alle, die Medienberichterstattung in aller beteiligten Länder in solche Zonen der Uneigentlichkeit. Was genau meinst du mit Zone der Uneigentlichkeit? Was ich mit Zone der Uneigentlichkeit meine, kann ich am schönsten erklären. An dieser schönen Kleinanzeige, die der Verband der Schweizer Presse, der Schweizer Verleger 2017 in den Zeitungen geschaltet hat. Da stand, Fake News mit uns nicht. Dank der gewissenhaften Arbeit von schweizerischen Journalistinnen und Journalisten und Redaktionen gibt es bei uns nur geprüfte Nachrichten. Das war eine bezahlte Anzeige. Und im Tagi stand die direkt neben einer anderen Anzeige. Auf der Anzeigenseite da stand, Lili 25 verwöhnt den Schweizer Championen. Das heißt, das meine ich mit, nämlich, es stand als bezahlte Anzeige zwischen Werbung. Werbung ist auch eine Zone der Uneigentlichkeit, die seit etwa 150 Jahren alle großen Tageszeitungen finanziert. Weil wir wissen, was Werbung ist. Wir schätzen es, wenn wir sie als solche erkennen. Wir nehmen sie aber ganz selbstverständlich als Teil des Formats Nachrichten wahr. Werbung. Werbung, selbstverständlich. Und wenn man heute auf der Suche nach Wahrheit die Website des Spiegel oder der Süddeutschen Zeitung, ich nenne jetzt aufsichtlich keine Schweizer Beispiele, ankriegt, dann sagt einem, dann erscheint zuerst die Website und dann erscheint, offenbar haben sie einen Werbeblocker installiert. Bitte schalten Sie ihn doch aus, damit das Licht angehen kann. Das heißt, die Werbung ist als Zone der Uneigentlichkeit das, was in den kommerziellen Nachrichtenmedien die Nachricht in gewisser Weise umrahmt. Und wir reden nie von Fake News oder Unwahrheit, wenn von Werbung die Rede ist, weil das ist klar, das ist bezahlter Content. Aber das ist, weil das eine andere Funktion ist. Werbung verkauft ein Produkt und eine News, ein Artikel oder irgendwelche Funktionen. In dem Fall beim Schweizer Zeitungsverleger. Was ist dann eigentlich das Produkt? Information. Ja, also das Problem ist natürlich, dass wie keine Fake News. Also wenn man selber sozusagen an diesem Puls sitzt, ist man froh, wenn man vielleicht auf 80% der Wahrheit kommt. Also das ist ein sehr, sehr hoher vermessener Anspruch. Was ist die Wahrheit über die Euro-Krise? Oder sagen wir zum Beispiel mal, Sie können alle Fakten richtig haben und die Sache völlig falsch. Also sagen wir zum Beispiel, ein Unternehmen macht vier Jahre lang Verlust. Sie sagen, der CEO ist der Verlustbringer. Der CEO ist der Verlustbringer. Das Unternehmen hat Verlust gemacht. Ja, was hat die Branche gemacht? Wie stand das Unternehmen vorher? Ja, nehmen Sie diese Informationen rein oder nehmen Sie sie nicht rein? Und diese Entscheidung muss man jeweils selber treffen. Und diese Entscheidung ist nicht immer besonders leicht. Und diese Entscheidung ist mit Sicherheit auch nicht immer besonders weise. Also jedenfalls in meinem Fall, vielleicht im Fall der anderen schon. Aber es wird jeweils so gesagt, dass wir, die Presse ist nicht unfehlbar. Die Presse hat gewisse Regeln und sie hat diese Regeln aus der Zeit, als die Anzeigen wirklich kamen. Über 100 Jahre war Presse ein Monopolbetrieb in der Schweiz. Die Tageszeitungen, die Großen, die sind alle, fast alle weit über 100 Jahre alt, weil die Druckmaschinen so teuer waren, dass die neuen Leute nicht hineinkamen und der Aufbau einer Marke auch nicht. Das heißt, sie waren eigentlich dann Gelddruckmaschinen. Alle, die etwas zu verkaufen hatten, mussten da durch. Alle, die sich zu verkaufen hatten, mussten bei der Redaktion durch. Man hatte sozusagen garantierte Kanzel für die Journalisten. Es gibt sozusagen lauter Regeln, aber in der Presse sozusagen über die Lauterkeit, über wie macht man dieses, wie macht man jenes, wie beurteilt man das. Aber die kommen alle aus dieser Zeit von 100 Jahren praktisch Monopol. Und zwar gleichzeitig über die Anzeigen, gleichzeitig über die Leute, die prominent werden wollen und gleichzeitig über den Frühstückstisch, bei dem man sich einfach schlecht gefühlt hat, ohne Kaffee und ohne Zigarette. Man hat auch eine Gewohnheit verkauft. Und das heißt, was da ist, was man als Journalist macht, ist ein relativ gut situiertes Ritual, das nicht die Wirklichkeit abbildet, mit Sicherheit nicht. 80 Prozent, 80 Prozent, Wirklichkeit sagst du maximal, ja. 80 Prozent Wahrheit, Sie wollten was darauf entgegen, Frau Wodnig? Also, entgegne nicht, aber ergänzen. Ja, okay, gut. Ich finde, das ist ganz wichtig, dieser Wahrheitsbegriff ist ja eigentlich das Furchtbarste. Wahrheit ist ein schwammiger Begriff. Wir können natürlich eine Definition nehmen, nur das Entscheidende ist einfach, ein hilfreicher Begriff sind Fakten. Und das Problem ist, an der Debatte, wie sie jetzt geführt wird, ist natürlich schon eine Gefahr, wenn wir kurz auf den Journalismus eingehen. Es ist schon eine Gefahr, dass man vielleicht auch überbordend reagiert. In Frankreich zum Beispiel gibt es ein Fake-News-Gesetz, das ist Ende vergangenes Jahr beschlossen worden, wo ein Richter im Wahlkampf sehr schnell entscheiden muss, er hat 48 Stunden, wenn ich mich recht erinnere, ob etwas gelöscht werden muss, ob etwas runterzunehmen ist. Und er kann jetzt sehr weitgehende Entscheidungen treffen. Und natürlich, bei manchen Fällen sehen Sie auf den ersten Blick, das ist ein Unsinn, aber manche Sachen sind komplizierter. Und das ist schon interessant, mit so einem Tempo vorzugehen. Und vor allem, es gibt es uns in Form von Haftbarkeit, von Strafen. Und ich sage dann immer, ich bin sehr zurückhaltend, wenn wir anfangen, die Verbreitung von Falschen zu bestrafen. Weil ganz ehrlich, dann kann jedes Medium zusperren, selbst die Besten. Weil jeder Journalist, egal wie redlich er versucht zu recherchieren, wird irgendwann draufkommen, dass er Unsinn geschrieben hat. Oder dass er ohne böse Absicht auf etwas Falsches hineingefallen ist. Oder etwas ausgeklammert hatte, was er nicht hätte ausklammern sollen. Und das ist natürlich ein Unterschied zu reinen Fake News. Weil, was ist der Unterschied zwischen Falschmeldungen im klassischen Sinn und Fake News? Die Falschmeldung kann tatsächlich unabsichtlich passieren. Die Fake News ist eine gezielte Täuschung. Und es ist aber nicht leicht, immer diese Grenze zu ziehen, weil ich in die Menschen nicht hineinblicken kann. Natürlich, wenn ein Portal immer und immer wieder damit auffällt, dann soll ich eher vorsichtig werden. Ich würde auch gerne da noch ein bisschen bleiben. Nicht bei der Frage, ob Journalismus Wahrheit produziert. Das erscheint mir eine Debatte, die nicht wahnsinnig weit führt. Sondern die Frage ist wirklich, was bei den Fake News, so wie Sie die definieren, die boshaft sind, wo völlig klar ist, was die Absicht ist, was dort ist. Jetzt etwas, was mich noch interessieren würde. Sie haben kurz so neurologische Mechanismen angesprochen, die dazu führen, dass die Leute eher geneigt sind, Fake News, also komplett falsche Geschichten zu glauben. Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Meinst du politisch? Nee, was passiert im Gehirn? Also momentan ist das ja so ein bisschen eine Leitwissenschaft, eine Modewissenschaft, das ist neurologisch. Und trotzdem ist es irgendwie so, wir haben so viele Mechanismen, die wir in Schwiss schon kennen, die dazu führen, dass man ihnen regnet glaubt. Also es scheint, ein starker Eindruck ist, und es gibt auch einzelne Untersuchungen, die in diese Richtung hindeuten, dass für die Verbreitung von Dessicht-Informationen die Wiederholung ungeheuer wichtig ist. Ich habe einmal eine Österreicherin interviewt, eine Frau, die wirklich sehr viel Angst vor Migration hat und die sehr viel auf Facebook, auf einschlägigen Seiten dazu mitliest. Und sie sagt, sie liest dort so viel, das verunsichert sie mittlerweile. Und ich habe gefragt, was verunsichert sie denn? Und sie hat mir erzählt, naja, all die Geschichten über Schweden. Ich habe gefragt, was weint sie zu Schweden? Und sie meinte, naja, heute erst habe ich gelesen, dass sich blonde Frauen in Schweden, die Haare schwarz färben, aus Angst, sonst von Migranten vergewaltigt zu werden. Und ich weiß, da lachen immer Menschen, aber dann hat die Frau gesagt, ich weiß, das klingt absurd. Und dass ich solche Meldungen das erste Mal las, habe ich mir auch gedacht, das klingt absurd. Und wenn man das dauernd sieht, da muss doch was dran sein. Und dafür gibt es einen Fachbegriff, der heißt Illusory Truth Effect, der Wahrheitseffekt. Das ist schon seit den 1970er Jahren dokumentiert. Also da ging es überhaupt nicht um Fake News in dieser Untersuchung. Aber eine Behauptung, die Menschen häufiger hören, die klingt plausibler. Und das lässt sich auch ein bisschen, wenn wir zur Neurologie kommen, dann gibt es Ansätze der Erklärung, nämlich das Heavy in Learning. Das heißt, Begriffe, die öfters gemeinsam erwähnt werden, die bringt unser Gehirn eher in einen Zusammenhang. Also Synapsen werden gebildet durch die Wiederholung, dass gleiche Eindrücke im selben Moment auftreten. Und so lernt man ja auch, wenn Sie die Jahreszahl lernen wollen, dann, was weiß ich, die Mauer ist 1989 gefallen und dann Mauer 1989, Mauer 1989 über diese Wiederholung. Und natürlich kann ich nicht nur reale Informationen, ich kann auch Desinformationen über die Wiederholung stärker machen. Jetzt gab es auch 2016 ein Artikel im Magazin von Hannes Grasecker über Cambridge Analytica, der mehr oder weniger gesagt hat, wenn man unsere Profile durchsucht, dann kann man ganz gezielt eigentlich uns manipulieren. Und der Artikel hat in der ersten Fassung, mindestens mussten wir das ein bisschen abtempieren, mehr oder weniger gesagt, man hat mit Cambridge Analytica Brexit und die Wahl Donald Trumps durchgebracht. Wie sieht das inzwischen aus? Ich würde mal sagen, man kann natürlich sagen, ja, Cambridge Analytica hat das geschafft, vielleicht die Russen, die Desinformation auch, vielleicht auch irgendwie die New York Times, die immer he said, she said machte und Donald Trumps Lügen, Skandale, Leute nicht bezahlt, falsche Abrechnungen, immer konterkariert hat mit Hillary's E-Mail-Skandal, der unglaublich weit beschrieben wurde, dauernd im Wahlkampf, gerade von den seriösen Medien, damit sie ausgewogen sind und wo auch irgendwie sozusagen sämtliche Zitate, egal ob Lüge oder Wahrheit, jeweils gebracht wurden, so dass Krugman mal gesagt hat, im Qualitätsjournalismus sei es so, wenn die Republikaner behaupten, die Erde ist eine Scheibe und die Demokraten sagen, sie ist eine Kugel, Titel, die New York Times, Gestalt der Erde umstritten, also da diese Wahlen, egal ob Masseneinwanderungsinitiative, Brexit, die Wahl zwischen Clinton und Trump, super, super knapp sind, meistens spaltet es die Gesellschaft ja in 50, 50 Prozent und dann ein kleiner Teil gibt den Ausschlag, kann also alles den Ausschlag gegeben haben und hat wahrscheinlich alles auch den Ausschlag gegeben. Die Sache, die gespenstisch ist, wenn man schreibt und gerade wenn man sozusagen versucht, über die Grenzen zu schreiben, ist, wie stark die politische Meinung, wie stark das Lager die Wahrnehmung prägt, also die Hauptleserbriefe, die man kriegt, ist ganz meine Meinung, guter Artikel, nicht meine Meinung, warum hat Ihr Chefredaktor Sie noch nicht gefeuert und zwar überwiegend, sowohl von links wie von rechts und wenn man sieht irgendwie sozusagen, ist es nicht nur so, dass dann die Meinung da ist, sondern man kauft halt ein ganzes Paket, also Klima zum Beispiel ist links, rechts verteilt. Wenn du dann, oder Steuern erhöhen, Steuern senken, Bibel in den USA und wenn du ein Republikaner bist und du findest irgendwie vielleicht die Evolution noch eine gute Idee oder eine plausible Idee, dann sagst du das besser nicht, weil du hast ein ganzes Paket und wenn du Linker bist, hast du oft auch ein ganzes Paket und deshalb glaube ich, sind wir sozusagen erstaunlich größer in Stämme eingeteilt, als wir es wahrhaben wollten und als es irgendwie sozusagen vornehm ist und als es eigentlich unserem Selbstbild, als ja, wir sind rationale Individuen und wir entscheiden selber, ja, da kann man öfter sagen, oh fuck, wenn man es genauer sich ansieht, du bist nicht so clever. Ich kann mich jetzt ergänzen, gibt es eine sehr interessante Untersuchung vom Wissenschaftler Dan Kahan aus Yale, der hat ein sehr interessantes Experiment gemacht, der legte Amerikanern Lebensläufe von Wissenschaftlern vor und die mussten dann einstufen, sind das Experten und diese Wissenschaftler waren erfunden, die gibt es in Wirklichkeit nicht und der hat gezielt jeden dieser Lebensläufe so gemacht, dass das Top-Experten waren, also ich glaube National Science Academy, also oder wie es heißt, also auf jeden Fall wirklich die höchsten Boards, die höchsten Eliteeinrichtungen, tolle Lebensläufe, aber die Studienteilnehmer sahen immer auch, wozu die Person forscht und wie die Paper heißen, die er angeblich geschrieben hat und da ging es dann um politisch umgekämpfte Gebiete wie Klimawandel, wo viele Republikaner das abstreiten, aber es ging auch zum Thema wie Nuklear, also Atomenergie und Atommüll, was natürlich ein rotes Tuch für viele Linke ist und allein wie die Überschriften dieser Studien waren, haben wahnsinnig einen Eindruck gemacht, viele republikanische Wähler, wenn die gesehen haben, der forscht zum Klimawandel und kommt anscheinend auf das Ergebnis, den Klimawandel gibt es, haben sie dann gesagt, nein, nein, ich glaube nicht, dass das ein Experte ist und das konnte er wirklich messen, sowohl im linken als auch im rechten Spektrum, dass wenn die Art, wie ich politischen Themen gegenüberstehe, dann entscheidet, ob ich jemanden noch als Experte akzeptiere. Also es ist die totale Absage an dieser Idee der Aufklärung, dass wir als rationale Individuen miteinander etwas diskutieren und Sachen rauskriegen. Jetzt, wie sieht das historisch aus? Wie lange gab es diese Gesellschaft, in der man wirklich diskutiert hat, aufgrund von Fakten und nicht nur in diesem Lager war? Oder gab es die überhaupt? Was sagt der Großhistoriker dazu? Ich bin ein ganz kleiner Historiker, aber ich glaube, ich würde gern die Frage ein bisschen anders auffassen, sagen wir so, und ein bisschen mehr über Emotionalisierung reden, weil die Medien sind ja nicht die Welt. Was die Leute einander beim Frühstück, sofern sie nicht Zeitung lesen und deswegen nicht miteinander reden, nicht mehr, oder was die Leute nicht posten, sondern was im normalen Alltag stattfindet, findet ja normalerweise in den Medien eigentlich nicht statt, sondern die Medien, das ist ein eigener Kanal oder es sind eigene Kanäle mit eigenen Gesetzen, mit einer eigenen Ökonomie. Und ich fand es sehr spannend, was Sie gesagt haben, dass Emotionalisierung, vor allem Wut, den Diskurs, die Weiterverbreitung von offensichtlichen Falschnachrichten extrem anheizt. Das heißt, je stärker etwas Wut erzeugt, desto schneller wird es ja offenbar weiterverbreitet. Das ist ja auch ein Prinzip, nachdem Zeitungen, glaube ich, mindestens seit Herrn Pulitzer gemacht werden, seit den Massenzeitungen der 1860er Jahre, die dann sehr, sehr billig wurden. Ja, und ich würde gerne noch mal ein bisschen einen Schritt zurücktreten und sagen, was ist der Mechanismus, dass der Diskurs über Fake News so sehr von Angst geprägt ist? Das heißt, wovor haben wir eigentlich Angst, wenn wir über falsche Nachrichten reden? Denn diese Nachrichten über Fake News sind ja selbst sozusagen eine selbstverstärkende Aufmerksamkeitsmaschine, die nicht zuletzt auf Cambridge Analytica, auf die sozialen Medien, vor allem auf Facebook abhebt. Das heißt, wer fürchtet sich da genau wovor? Und könnte es sein, dass wir uns fürchten vor den Falschnachrichten auch ein kleines bisschen genießen, dass es ein lustvolles Fürchten ist? Was ich sehr erstaunlich finde, ist doch eins, dass Reden über diese Art von, sagen wir es so, Amerika ist seit ungefähr 80 Jahren die Zukunft für Europa. Alles, was dort passiert, wird irgendwann auch bei uns passieren. Das ist die Erfahrung unserer Großeltern, das ist die Erfahrung unserer Eltern, das ist die Erfahrung von uns. Und gleichzeitig beginnt das, sich allmählich ein bisschen komisch anzufühlen, denn jeder, der schon mal in Amerika war, vor allem wenn er dort gearbeitet hat, weiß, dass der mediale Diskurs über Amerika und der Alltag in den Vereinigten Staaten zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Und kein Mensch, den ich kenne, der halbwegs bei Trost ist, wünscht sich bei Gefängnissen, Krankenhäusern und Sozialversicherungen amerikanische Zustände. Amerikaner sterben im Durchschnitt, die Lebenserwartung ist zehn Jahre tiefer als im EU-Durchschnitt. Und reichlich noch ein bisschen, bei der Schweiz ist es noch ein bisschen mehr. Nur im Reich des Internets, im Königreich, im Traumreich der Medien, gibt es eine reale US-amerikanische Dominanz. Weil die Hardware kommt aus China und übrigens auch die Kreditgeber für die Staatsanleihen. Das heißt, könnte es sein, dass das, was wir gerade verhandeln, auch eigentlich ein Stück weit unsere Nostalgie ist, dass plötzlich die Welt wirklich anders auszusehen beginnt, weil, Entschuldigung, in dem anderen Imperium, nämlich in der Volksrepublik China, gibt es da Fake News in dem Sinn? Es gibt eine sehr starke, es gibt sehr stark, ein sehr stark gesteuertes, gezähntes, nicht zuletzt mit Hilfe von US-amerikanischen Monopolanbietern ein reorganisiertes Netz. Das heißt, ich werde das Gefühl nicht los, dass mit dem Reden über Fake News aus der europäischen Schulterklopfen, mein Gott, was sind wir differenziert, sofern wir keine Österreicher sind, aller Schweizer Presse, auch immer ein ganz eigenartiges Bündnis von Besorgnissen verbunden ist, als ob diese traurigen, dicken, weißen, alten Männer mit den komischen Haarschnitten namens Steve Bannon oder Donald Trump auf eine Art, die Zukunft sind, nachdem vorher das große Versprechen Obama sich dann auch nicht so richtig toll mittelfristig herausgestellt hat. Finden wir es aus, Konstantin Seid, du hast im Vorwort des Buches von Bensburg beschrieben, vier Punkte, wie die Demagogen, die Macht ergreifen, bei dir ist die Angst real, nicht? Also, das, was wir im Grunde genommen fürchten, wenn wir über Fake News reden, ist natürlich, dass wir ins Bodenlose fallen, dass eine Gesellschaft, die sich nicht mehr irgendwie über die Wahrheit verständigt, die nicht mehr auf dem Gleichen, überhaupt nicht mehr miteinander reden kann, keine Kompromisse mehr schließen kann. Also, die Fake News haben sich ja auch verändert seit 1934 oder so. 1934 ging es noch darum, welches System ist das Beste, die Demokratie, Nationalsozialismus, Sowjetunion, es wurden unglaublich viele Studien gemacht, also, die Fake News Produzenten waren sehr intellektuell und haben also schwergewichtige Dinge geschrieben, also, neben der sonstigen Propaganda und mussten auch mit Statistiken oder so etwas beweisen, dass man eigentlich auf der historisch richtigen Seite ist. Dann, wenn man jetzt so noch sieht, sozusagen, noch bei George Bush, ist es so gewesen, ich habe mir einmal im WEF zufälligerweise die Rede von seinem Außenminister Powell angehört, das waren eineinhalb Stunden, wo er einen Dia-Vortrag mit unglaublich viel möglichen Beweisen, es waren alles so Indizien, irgendwie für die Massenvernichtungswaffen, gemacht hat und die Genialität von Trump ist ja die, dass er das alles weggelassen hat, dass er völlig unverschämt und es ist eine Schamlosigkeit, ist etwas wirklich Neues, dass er absolut irgendwie, sozusagen, einfach Dinge behauptet, die sogar auf Fotos widerlegbar sind, aber sie einfach weiterhin behauptet und neben diesen Tatsachen, die er behauptet, egal ob es Statistiken oder Lebensläufe oder Jahreszahlen oder es ist völlig egal, langsam kommen auch sogar die Gesetzestexte, also die Republikaner sagen, okay, es gibt diesen Gesetz, dass man diese Akten herausgeben sollte, aber es interessiert uns jetzt gerade nicht und du kannst die ganze Wirklichkeit missachten und du kannst miteinander überhaupt nicht mehr reden und ich glaube, das Problem der ganzen Sache begann damit, dass, also die Griechen haben eine super Unterscheidung gehabt, zwischen, das Gegensatz von Wahrheit war nicht die Lüge, sondern die Meinung. Wahrheit sind Tatsachen und Meinungen sind veränderlich, es ist sozusagen das, was in der politischen Sphäre stattfindet und man sieht irgendwie eine wahnsinnige Aufwertung der Meinung, auch in den klassischen Medien, weil Meinung ist billig zu haben. Meinungen wachsen dir wie Haare und zwar auch an unpassenden Stellen. Du hast eine Meinung über China, ohne eine Ahnung über China zu haben. Du hast eine Meinung über die Schwulenehe, ohne irgendwie sozusagen nur etwas darüber nachgedacht zu haben oder auch viel darüber nachgedacht, egal, aber du hast über tausende Dinge eine Meinung. Meinung ist billige Ware, die kann schnell hergestellt werden, ist komischerweise, meistens sozusagen aus Versatzstücken, die man irgendwo aufgeschnappt hat, besteht sie, fühlt sich aber ganz persönlich an und der erste Schritt und das ist sozusagen, glaube ich, der Schritt gewesen, der das vorbereitet hat, ist Tatsachen durch Meinungen zu ersetzen und das war eine Million teure Kampagne, das hat in den USA mit Gingrich angefangen, dass eigene Universitäten, eigene Studien, eigene Thinktanks, eigene Journalisten, eigene PR-Leute, dass man sozusagen alles als umstritten dargestellt hat, also das Klima oder die Gestalt der Erde oder was immer man umstritten haben wollte, dass man sagen konnte, ja, es gibt diese und diese Studien. Das ist sozusagen eine umstrittene Sache. Das ist Stufe 1. Stufe 2 ist, dass, wenn dann die Gesellschaft ziemlich polarisiert ist und das war auch nicht zuletzt, nicht durch das Internet nur, sondern dadurch, dass die radikaleren Kandidaten gepusht wurden durch Geld und dass die Partei dann sozusagen aus radikalen Funktionären bestand, deren Einkommen eigentlich daraus bestand, dass man im Sessel sitzt, genau das wiederholt, was alle anderen sagen, aber es etwas super Radikales wiederholt, also im Grunde genommen ein neuer Typus irgendwie, der da gebaut wurde und dass dann sozusagen es eine Frage des Lagers ist. Und bist du bei uns oder bist du bei Ihnen, bei der Evolution? Wenn ich schnell reinfahren darf, Konstantin, die Frage war, deine Furcht ist, woher kommt die Furcht? Das Erste, was du gesagt hast, war, es gibt das Faktische nicht mehr, das ersetzt durch Meinung. Das Zweite ist die Partei, die sich radikalisiert. Und das Dritte wäre dann, wie Trump mal gesagt hat, irgendwie bezieht eure Wahrheit bei eurem Präsidenten. Also die Wahrheit ist eigentlich eine persönliche Eigenschaft des Parteiführers. Vierte Stufe wäre dann, die Wahrheit wird verfolgt. Also da hat ja Trump jetzt im Moment die Untersuchungen gegen das FBI eingeleitet. Also sind die ersten Stufen schon da. Das Problem ist, dass die politische Sphäre, die Demokratie, die Sicherheit, dass es irgendwie vernünftig verhandelt wird, nicht mehr da ist, wenn man nicht mehr vom Gleichen spricht. Und wenn Tatsachen, also wenn nicht einmal mehr geheuchelt wird. Heuchelei ist eine so unterschätzte Tugend. Heuchelei ist die Verbeugung des Lasters vor der Tugend. Da wissen die Leute irgendwie sozusagen, was sich gehört eigentlich. Und da erschießt man sich vielleicht noch nach einem Skandal. Da ist man auch irgendwie sozusagen behaftbar, wenn man bei einer Lüge erwischt wird. Und nicht umsonst reden alle Rechten, Politiker oder die Fakenus gegen Heuchelei. Sie wissen, was für ein Gegner das ist. Und Heuchelei ist unter anderem der Beispiel, ist in einer gesunden Gesellschaft drin, wo man noch über das Gemeinsame redet. Also Abschied vom Gemeinsame. Tatsächlich ist, finde ich, die Debatte schon mal wesentlich wertvoller oder hilfreicher, wenn man nicht rein von Fake News versus Realität oder was weiß ich redet, sondern von, was ist eine Faktenbehauptung und was ist eine Meinung. Weil das Problem ist, Sie kennen es vielleicht im Netz, gibt es immer wieder wirkliche Debatten über, hat ein Politiker das gesagt oder wie viele Straftaten hat XYZ begangen. und dann postet häufig eine Person, das ist ja alles Ansichtssache. Und zum Beispiel, wenn es um die Zahlen, die Kriminalitätsstatistik geht, ist das keine Ansichtssache. Also entweder Sie haben die Statistik nicht, dann ist es ein Problem. Wenn es die Statistik, wenn es Zahlen gibt, dann ist das ein Fakt und keine Meinung. Und diese Trennung müssen wir festhalten, weil das ist, wir haben quasi keine Möglichkeit der sachlichen Debatte. Und tatsächlich ist das ein Grundgriff dieser Zerstörung der demokratischen Debatte, dass ich diese Grenze nicht erziehe. Sie kennen womöglich alle diese gefühlte Sicherheit. Das ist zum Beispiel ein sehr guter Trick, dass Politiker sehr lange gerade Falken in der Sicherheitspolitik erklären, wie gefährlich der Terror ist, gefährlich wie das, das, das. Und dann ist es eigentlich eine Meinung, was Sie da sagen. Und eine Behauptung. Und dann kommt xy Prozent der Bevölkerung haben Angst. Und dann ist es Fakt. Weil dann ist es ja haft, dass ein Teil der Bevölkerung eine Meinung hat. Und das ist ein rechter Kunstgriff. Aber um vielleicht auf den Punkt zurückzukommen, wo man Angst haben kann, ich finde diese Frage, ist die Debatte so Nostalgie? Erinnern wir uns an eine Zeit, die es nie gab, finde ich sehr berechtigt. Weil es gibt auch diesen Begriff, dass wir im Zeitalter des Postfaktischen leben würden. Und ich mag diesen Begriff überhaupt nicht. Weil dafür, dass wir im Postfaktischen Zeitalter befinden, müssten wir mal im faktischen Zeitalter gewesen sein. Und ich wüsste nicht, wann das war. Weil Sie werden, also auch in den analogsten Meldungen, Medien werden Sie Falsches finden. Garantiert. Auch wirklich bewusst Falsches. Das ist durchaus findbar. Und darum ist es eine Verklärung der Vergangenheit so zu tun. Und ich finde auch diesen Hinweis gerade auf die NS-Zeit, beziehungsweise auf die dunkelsten Phasen, auf Diktaturen so wichtig. Weil, ich würde es eher so sehen, es gibt Phasen in der Menschheitsgeschichte, da ist es schlimmer. Und vor dem fürchte ich mich. Es gibt Phasen, wo ein Teil der Bevölkerung so aufgerüst ist, dass er einfach alles glaubt oder nicht genau hinschauen will. Und das ist die Gefahr. Nämlich nicht, dass es keine Fakten mehr gibt, sondern dass ein Teil der Bürger nicht mehr bereit ist, sich das anzuschauen. Und da kann man ein wichtiges, historisches Beispiel bringen. Die berühmteste Fälschung sind die Protokolle der Weißen von Zion, wo, das ist ein Dokument, das behauptet, die jüdische Weltverschwörung sei hier protokolliert. Und das Interessante ist, das ist zur Jahrhundertwende entstanden, Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist ursprünglich im Russischen verfasst worden, dann in etliche Sprachen, auch ins Deutsch übersetzt worden. Und das ist eine leicht erkennbare Fälschung. Weil damals wie heute fälschert man sich auch gar nicht viel an. Das war einfach ein Theaterstück, wo es um ganz was anderes ging. Und er hat dann den Dialog ein bisschen ersetzt, die Figuren ein bisschen ersetzt, aber eigentlich abgeschrieben. Und das konnte man nachweisen, dass das kein Zufall sein kann. Und das wirklich krasse ist, die Protokolle der Weißen von Zion waren nie in England wirklich erfolgreich, weil dort sehr früh Journalisten darüber publiziert hatten und darauf hingewiesen haben, das ist so eine glatte Fälschung, das kann man nicht glauben. Und im deutschsprachigen Raum war die Debatte der Antisemitismus schon besonders stark. Und die NSDAP zum Beispiel, der Verlag der NSDAP hatte die Rechte an den Protokollen von Weißen von Zion. Die Nationalsozialisten haben immer wieder darauf hingewiesen. Und auch im deutschen Sprachraum gab es ein Buch oder sogar zwei eines Journalisten, der darauf hingewies, dass das eine Fälschung ist, der das sehr genau erklärte. Da war das Problem, dieser Journalist war selbst Jude und hatte einen jüdischen Verlag publiziert. Und da hat dann die Reaktion war folgende, ja, der muss das ja sagen, der ist ja quasi beauftragt. Und ich lese solche Sachen durch historischen Beispiele und denke mir, die argumentativen Muster sind ja genau das gleiche wie heute, weil wenn Journalisten zum Beispiel auch hier heißt, ja, du musst das ja sagen, weil du bist ja von der Lügenpresse, das ist ja dein Auftrag sozusagen. Also argumentativ haben wir uns nicht wirklich weiterentwickelt oder anders gesagt, die Gefahr ist in meinen Augen, dass wir wieder in eine dunklere Phase hineinkommen. Und das sollten wir verhindern. Ja, und ich glaube, das Gefährliche daran ist, dass wir normalerweise unser Selbst, wir denken so, also wir denken ja nie x, y, x ist x, was wir sehen. Wir denken immer x ist y. Also ist jetzt, was ist ein Tisch? Ist das eine atomare Struktur? Ist der irgendwie sozusagen ein Designer-Gegenstand? Und man versucht irgendwie, ist der da hingekommen irgendwie, weil die Welt gut eingerichtet sein soll, doch irgendein Gott, du hast immer irgendwie eine, du suchst immer eine Erklärung. Und viele Verschwörungstheorien, also vor allem die klassischeren, heute macht man sie praktisch von ad hoc irgendwie, aber sind ja so, dass sie auch amoklaufende Logik ist. Also Leute, die nicht an Zufall, nicht an Pfusch glauben, die nicht glauben, dass irgendetwas einfach so passiert, dass irgendetwas Dummes macht oder Kluges oder ohne irgendeine andere Ursache, sondern die über jeden Sackreis das Gefühl haben, dass das Weltjudentum, China, der Kapitalismus oder die Ex-Frau dahinter steckt. und durchaus faszinierende Gebilde von Logik. Offensichtlich braucht es auch diese logischen Sachen nicht, sondern es ist eigentlich nur so, dass man im richtigen Lager sein muss, um die Sachen zu erzählen. Aber es sind Sachen, in denen wir auch denken. Wir hören Geschichten über irgendetwas, egal ob es Fiktionale sind, und ob man viel Sachen im Kopf hat, ob man Experte ist oder nicht. Man glaubt dieses und jenes, weil man schnell urteilen muss. Bitte? Ja, aber das ist mal zu anthropologisch. Also das ist doch eigentlich meine Rolle, auf die Jahrhunderte-Menschheitsgeschichte hier hinzuweisen. Es gilt für Historiker das Gleiche wie für Journalisten. Die Pflicht, also Oskar Wald, hat man gesagt, die Pflicht, die einzige Pflicht, die wir der Geschichte gegenüber haben, ist sie umzuschreiben. Und das ist unser beider Job. Aber unter den Bedingungen der sozialen Medien, in Ihrem Buch, zeigen Sie ja sehr schön, wie viel wenig Geld man einer komplett absurden Geschichte in den sozialen Medien eine respektable Likes, Follower und so weiter verschaffen kann. Das heißt, ich glaube, es gibt schon einen Unterschied von der neuen Funktionen von Medienkonsumenten, es selber weiter zu verbreiten und es nicht einfach nur am Kiosk zu kaufen oder im Radio zu hören und dann weiter zu erzählen. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Aufmerksamkeitsindustrie, die ja nichts anderes tut, um den entsprechenden Konzernen ordentliche Werbeeinnahmen zu ermöglichen, um das Vergnügen an der Interaktion mit dem Gerät und mit der eigenen Meinung immer weiter zu steigern. Weil die Schnelligkeit, das Ausmaß der Leute, die sehr, sehr viel Zeit mit ihrem Smartphone verbringen und mit den sozialen Medien hat so vor 15 Jahren einfach schlicht nicht gegeben. Das heißt, ich würde schon mal gern noch mal über diesen Medienkanal reden, gerade weil er nicht historisch ist. Du hast, Konstantin, du hast vorhin gesagt, das Pressemodell, das ist eigentlich eine alte Geschichte, wie das drüber funktioniert hat. Wenn ich mir anschaue, was Altright macht mit all diesen Memes oder wenn ich mir anschaue, was die ganzen Verschwörer machen mit lustigen Bildern und mir anschaue, was du machst mit der Republik, die endlose Texte hat, dann habe ich den Eindruck, dass eigentlich viele von, wenn ich das so generell sagen darf, von uns, die wir eigentlich versuchen, dafür zu kämpfen, dass wir noch mit Fakten eine rationale Debatte haben, haben zu alte Kommunikationsformen. Na, you are wrong. Also du hörst teilweise right und teilweise wrong. Also mit Steve Bannon, mit der Neuen Zürcher Zeitung, mit irgendwie sozusagen dem Lessie Magazin ist auch die Republik in der Aufmerksamkeitsindustrie, ganz abgesehen von Netflix und so weiter, also von den internationalen Playern. Die Sache ist die, dass natürlich Fake News verbreiten sich gut, Wut verbreitet sich gut, aber zum Beispiel, was sich auch verbreitet, sind wirklich lange, wirklich gut geschriebene Artikel, die, also wenn man die Klickzahlen nimmt, sind die, ist das Publikum nicht doof. Das Publikum ist auch nicht so, also bei Zeitungen zum Beispiel werden die kleinen Dinge, Skandale, Aufreger, Mann beißt Hund, irgendjemand ist nackt und lässt sich scheiden. Das ist das eine Peak und das andere sind die langen, wirklich gut geschriebenen Hintergrundartikel. Und das mittlere Zeug, das Gemüse, wird ausgelassen. Also die Leser ernähren sich wie ein Junggeselle vom Fleisch und irgendwie, also vom Steak und irgendwie vom Dessert. Und das ist relativ klug und ich glaube auch, bei den Fake News ist es so, dass sie ein Bedürfnis abbilden. Die Leute wollen diese Fake News haben und dann nehmen sie sie. Vielleicht werden sie auch süchtig gemacht an diese Fake News, aber es wird auf eine gewisse Qualität, die entbewickeln Mendeln sich ja auch aus, nach Klickzahlen. Das heißt, es sind gut gemachte Fake News, auch wenn sie uns primitiv erscheinen. Ich möchte langsam schon Richtung Schluss gehen, nämlich was man machen kann. Wenn Sie was dazu sagen könnten, was glauben Sie, was man machen kann unter den Bewegungen all dieser neuen Kanäle und Medien? Darf ich kurz da anschließen mit der Geschwindigkeit und mit dem Medium an sich, was anders ist? Tatsächlich, ich glaube, da ist das Internet gar nicht so neu. Jede neue Technologie hat so ihre eigenen Facetten. Das Radio hat auch militärische Propaganda erlöst, die vorher nicht da waren. Aber im Internet, da haben Sie ja angesprochen, mich hat es interessiert, wie leicht ist das, eine inseriöse, aber recht professionell aussehende Seite zu starten. Und ich habe mal begonnen, einfach nur durchzurechnen, wenn man eine Webseite betreiben will, die ähnlich wie ein Medium aussieht, wenn Sie es jetzt nicht super kompliziert machen, sondern einfach kaufen Sie sich zuerst ein Webspace, ein Domain, die gut klingt, sagen wir internationalewirtschaftsnachrichten.com, das klingt schon einmal und recht gut. Dann kaufen Sie sich den Webspace, einen WordPress-Blog mit einem Theme dazu, das in der Kategorie Medien drin ist, das schaut schon recht ähnlich aus. Da machen Sie vielleicht noch selbst ein schönes Logo, wenn Sie ein bisschen Photoshop beherrschen oder auch wenn nicht, es ist sehr leicht, Sie kommen im Jahr, auf Kosten von 100 Euro. Und das hat man auch recht schnell. Und dann habe ich noch was anderes gemacht, Sie könnten auch ein bisschen vorzeigen, dass Sie ja eh erfolgreich sind und populär, da könnten Sie sich Fans kaufen. Das ist, wie man Fake News herstellt, aber die Frage war, was könnte man dagegen machen? Genau, ich komme gleich dazu, aber ich möchte nur kurz das Beispiel geben. Und ich habe das, um das zu testen, ich habe mir dann wirklich Fans gekauft, aber nicht für mich, sondern für eine erfundene Seite, die heißt der Goldfisch. Und ich habe gesehen, man kann das machen, man findet diese Seite, sehr leicht, die zahlen nur Paypal, ich habe 10 Dollar eingezahlt, ich konnte mir für 3 Euro 1.000 Fans kaufen, also ich habe mir 2.000 Fans für 6 Euro gekauft und innerhalb von 30 Minuten hatte ich die quasi auf meiner Fanpage. Also das hat sich verändert. Und das ist schon, die meisten Usern ist das glaube ich nicht jederzeit, wir denken das nicht, sind das jetzt wirklich Rale-Fans oder ist das etwas anderes? Das kann ich lernen. Also diese Beispiele zeigen mir, hoppla, ich muss hinschauen, zum Beispiel, wenn eine Seite sehr auffällig viele arabische Accounts hat, aber in der Schweiz angesiedelt ist und sie überhaupt keinen arabischen Bezug sehen, dann ist das ein Indikator, dass das viele Bots sein könnten von arabischen Fake-Profilen. Das ist etwas. Aber ich glaube, wir haben einen Historiker hier, der Witz ist beim Aufklären, muss man gar nicht so neue Tools finden, man kann auch ein bisschen geschichtlich zurückblicken und eines der besten Projekte, was wir tun können, das finde ich, haben Historiker der Universität Stanford begründet, die haben sich angeschaut, wie Schüler mit Information und auch mit falscher Information oder Unsinn umgehen und die sahen, dass die Schüler extrem recht schlecht waren und was die dann auch gemerkt haben ist, eigentlich brauchen Schüler die gleichen Kompetenzen die Historiker. Wenn die eine Quelle finden, einen alten Text, dann müssen sie schauen, wer ist der Verfasser des Textes, kann ich verifizieren, wer der Verfasser ist und dann, welche Position hatte der, wie glaubwürdig war der als Akteur. Also die Quelle hinterfragen, das ist ein Grundwerkzeug des Historikers. Und tatsächlich, auch im Internet ist die Quelle hinterfragen ein sehr wichtiges Werkzeug. Anstatt lang die Webseite zu lesen, können sie dann googeln, was ist die Republik und dann sehe ich, ah, okay, die wird ja sehr gelobt oder die hat einen sehr interessanten Wikipedia-Eintrag, dann können sie sie einordnen. Und dann lesen sie die Seite PI News und dann schauen sie auch Google nach, PI News, Wiki zum Beispiel, da steht dann, das ist die Seite, die heißt Politically Incorrect und wenn sie sich die Quellen anschauen, werden sie finden, diese Seite hat Flüchtlinge auch schon als Merkels Fiki-Fiki-Fachkräfte bezeichnet. Wenn sie diese Information über die Quelle finden, wissen sie, wie sie es einordnen. Das heißt, mein Tipp, sie müssen nicht allen hinterher recherchieren. Der einfachste und historische abrote Weg ist die Quelle zu hinterfragen, weil sie dann wissen, will ich hier bei einer eher seriösen oder eher unseriösen Quelle. Valentin, was findest du? Muss man überhaupt etwas machen oder kann man auch ganz entspannt sein und sagen, das sind einfach so Verschiebungen jetzt und wir gehen hin zu einer mehr multipolaren Welt? Mir kommt die Welt jetzt schon relativ multipolar vor, aber sich von Facebook aufmelden, erstens. Das kann nichts schaden, man hat auch einfach viel mehr Freizeit. Und ich weiß, dass ich jetzt vielleicht etwas Schockierendes sage, aber das gilt auch für Twitter. und mit dem eigenen Medienkonsum ein bisschen gelassener umgehen. Ich frage mich natürlich, dass plötzlich die Historiker als Direktor der Wahrheit dastehen, aber wir kommen immer zuerst für diese Art von Special Forces. Was ganz Wichtiges sagen, wir kommen immer zu spät. Wir sind grundsätzlich zu spät dran und das ist unsere Unique Selling Proposition, dass man es hinterher besser weiß. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so wie den Kollegen in der Australien sehr, dass die Kollegen in Stanford das preußische Instrument der Aquälen-Kritik jetzt als die Rettung sehen. Ich glaube, eine bestimmte Art von Laissez-faire und Schlampligkeit und sich überlegen, wo die eigene Angst beginnt und wo die eigene Angst, Lust beginnt, könnte ja auch schon ganz interessant sein. Das Merkwürdige an dem Reden über Medien und über Falschmedien ist ja, das hat das Netz nochmal gesteigert, dass es eine Art von Super-Replikator ist, gegen falschen Medienkonsum, vorzugsweise gegen den falschen Medienkonsum der anderen, hilft nur eins, noch mehr, aber der richtige Medienkonsum. Und da werte ich manchmal so ein bisschen einfach als jemand, der einen begrenzt langen Arbeitstag, also der, es schätzt, einen begrenzt langen Arbeitstag zu haben, da weiß ich nicht, ob das nicht ein Fuchteln mit uneinlösbaren Botschaften ist. Und das Netz, oder die Netzutopien neigen seit 25 Jahren dazu, sozusagen diese Art von Verschmelzung mit dem Medium zum besten Willen, also zum besten Wissen, immer wieder einzufordern und die kann es auch wirklich nicht mehr. Entschuldigung. Das kann man so sehen, wenn man sich anschaut, jetzt diesen Video von diesem YouTuber, 13 Millionen Mal angeklickt, der, glaube ich, doch auch einige Auswirkungen hatte auf die CDU, wenn man auch sieht, wie die CDU in Deutschland da völlig am Rand ist. Sie hatten das Beispiel des Impfens gebracht. Es gibt, ich habe die Statistiken angeschaut, in Südafrika, ein Fünftel der Bevölkerung der Erwachsenen hat Aids, geht unter anderem zurück auf eine Fake News Kampagne des KGB damals noch, die gesagt haben, die Amis haben immer ein Labor Aids gemacht und der Präsident von Südafrika hat ja lange vertreten, dass Aids mit HIV nichts zu tun hat und dass man am besten eine rote Bete ist und so weiter und so fort. Das sind dann doch Sachen, die eigentlich in der Welt sehr real sind. Und da würde mich wundern nehmen, Konstantin, wir haben jetzt diese Diskussion momentan in der Schweiz beim Impfen, brauchen wir Impfzwagen? Oder ist das komplett verkehrt? Die Tagesanzeige hat gesagt, nein, man soll den Leuten mit guten Argumenten das erklären, wenn ich auf irgendwelchen Verschwörungstheorie-Seiten bin, ich sehe nicht, wie man da mit Fakten arbeiten könnte und bin auch nicht so entspannt wie Valentin Grügner, die die ganz großen Zeiten überwinde. Also dazu kann ich nur zwei Dinge sagen, das eine, was mir einfällt, wäre der Slogan nicht schimpfen, impfen, aber das andere ist, dass ich zu der ganzen Thematik derart keine Ahnung habe, dass ich eigentlich auch nur schwafeln kann, egal wie lange ich rede, deshalb höre ich jetzt auf. Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Oder hätten Sie noch einen letzten Tipp, was man gesetzlich machen könnte? Gibt es noch irgendetwas? Ich weiß, was... Sie sind ja die digitalen Champions von Österreich, ein Tipp an uns Schweizer. Ja, das Interessante ist ja, dass ich finde, wir wegkommen müssen von Regulierungen, die großen Schattenseiten haben kann, was Bürgerrechte betrifft. Ich glaube, bei digitaler Regulierung derzeit gibt es oft so den Nebeneffekt, dass das Bürger betreffen kann. Urheberrecht in der Europäischen Union hat die hohe Chance, dass es zu Upload-Filtern führt, wo jeder User betroffen ist, wenn er copyright-geschützte Bilder kriegt. Man kann nicht sehen, wie es genau ist, aber im zweiten Fall sollte Regulierung darauf ausgerichtet sein, nicht den Bürger, sondern die, ich sage es jetzt mal, mächtigen, also die dominanten Plattformen unserer Zeit, die Marktbeherrschenden. Und da kann man gerade im Bereich der Information viel machen, nämlich eher Transparenzpflichten für diese Plattformen. Ich habe das Beispiel gebracht mit der Emotion, die Wut bringt Menschen zum Klicken, Angry People Click More kann man auch sagen, und dann besteht die Gefahr, dass die Software so gebaut ist, dass sie diese Signale als Indikator wertet, das ist wichtig, 2000 Deichs, das muss noch mehr an Menschen eingeblendet werden. Der springende Punkt ist, wir wissen es nicht so genau. Das Problem ist, wir kennen nur schemenhaft die Erklärungen von Facebook und auch YouTube, nach welchen Kriterien sie entscheiden, was sie einblenden, was nicht. Und bevor wir da inhaltlich regulieren, würde ich mal so hingehen und sagen, regulieren wir doch, was die Transparenz betrifft, zum Beispiel, dass unabhängige Wissenschaftler Tests machen können, sie müssen gar nicht den Code sehen, aber Tests, welche Effekte der Algorithmus hat. Wenn ich Zugriff auf die Software habe, kann ich mit Daten auch schauen, wenn ich so und so viele Posts habe, nach welchen Kriterien werden die eher eingeblendet. Und da, glaube ich, wäre der Zugang, bei dieser Auswahl der Selektion der Information, da Transparenz reinzubringen, damit ich als Bürger auch weiß, welche Effekte sind dort. Das, was ich jetzt erwähnt habe mit den Emotionen, das ist nur eine Theorie, das kann man nicht belegen, weil bisher Facebook und auf YouTube solche Tests von unabhängigen Wissenschaftlern nicht erlaubt. Und das könnten Staaten glaube ich, sehr wohl regulieren. Und ich glaube, Ehrlich gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, wissen wir, als Österreicher und als Schweizer haben wir das Glück und das Pech, dass wir so ein kleines Land sind. Leicht ist es natürlich auf europäischer Ebene, nur ich bin mittlerweile der Meinung, natürlich kann jedes Land diese Riesen reifen, weil die nicht auf die Märkte verzichten wollen. Das schaue ich mir an, das heißt immer, ja, dann ziehen sich die zurück. Das schaue ich mir an, dass sie auf die Allgewerbe einladen, zum Beispiel in Deutschland und auch in Deutschland verzichten. Was ich glaube noch, also man kann ja auch direkt etwas tun, zum Beispiel in der Presse, lange Zeit hatte man das Gefühl, einfach um diesen Beton zu sprengen, die Hauptaufgabe der Presse ist, schlechter Laune zu sein, Probleme zu finden, Empörungen zu verbreiten und Zweifel. Und im Zweifel irgendwie noch etwas mehr Zweifel hinzuhauen. diese Empörung, diese Wut, die man da versucht auszulösen, die greift jetzt irgendwie sozusagen auf alles Mögliche über, deshalb wirken diese Fake News auch natürlich, sodass man in der Presse vielleicht etwas freundlicher, verbindlicher, genauer sein könnte und den Holzhammer nur dann einsetzt, wenn man keinen Zweifel hat, das wäre das eine. Und das andere, wenn man in der politischen Sphäre kämpft, wo es sozusagen um Fake News geht, also wo es auch irgendwie um Recht behalten geht und nicht einfach um Recht haben, dann finde ich, haben wir in der Schweiz eigentlich eine ziemlich gute Innovation, das ist die Operation Libero, also die baut die Memes, die baut die Slogans irgendwie gegen die SVP, die setzt Leute ein, die sofort irgendwie sozusagen Sachen korrigieren, die sofort eingreifen in allen möglichen Diskussionen und das Gegenteil schreiben. Sie haben bis jetzt eine 6-0-Bilanz gegen die SVP, also gegen die größte Partei, man sieht die SVP jetzt jammern irgendwie, wie die Linke früher, also dass das irgendwie unfair sei, wie sie behandelt wird, dass ihr das Wort im Mund verdreht wird, dass dort junge Frauen sind und sie haben eben keine und dass die ganz gemein sind und das von der SVP zu hören, macht doch einigermaßen Freude und das zeigt, dass es sich durchaus etwas machen lässt, wenn man sozusagen auf der richtigen Ebene antwortet und ein Produkt designt, das wirklich gut ist und nicht einfach rumjammert, dass es so gemein ist, dass irgendwelche politischen Parteien zweifelhafte Fakten verbreiten. Okay, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen für die Geduld. Was ich mitnehme ist ein Facebook-Spruch, es ist kompliziert. Was Hoffnung gibt, ist, dass lange Texte geklickt werden. Sie sollten mehr Quellenkritik üben. Wir hoffen, dass große Staaten oder die EU Facebook dazu zwingen, dass die Wissenschaftlern ihren Algorithmus offenlegen. Sie können auch ein bisschen entspannter sein, wenn Sie es wie der Historiker über große Zeit läuft, gesehen und vielleicht ihr Facebook-Profil sogar löschen und man lebt auch ganz gut ohne Twitter und hat sehr viel mehr Zeit und ansonsten, wenn wir froh, gibt es die Operation Libro als ein Gegenspieler. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir stehen noch zur Verfügung. Applaus 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 Applaus